ich habe ja im letzten video euch die f3 gezeigt von dumm bumm jetzt habe ich die in p1 mal schauen was die teile können die haben was steht das hier drauf ja hier 0,66 gramm nemm mit ein kleiner ja was ist das plastik stopfen aber von der verarbeitung gar nicht so schlecht her und probieren die mal aus im vergleich haben wir die in f2 aber die in f2 die haben 0,15 mal schauen wie das so im verhältnis steht ja ab geht's geisteskrank wie laut sind die denn krass mein ohr piept direkt also die sind schon richtig richtig doll krass jetzt versuchen wir mal einen f2 mal gucken wie das ist aber ich muss sagen geisteskrank wirftet richtig richtig laut die in f2 sind auch gar nicht so schlecht komm mal her zünd mal an die sind richtig stark ne zünd mal an genau und weg damit ja hier anzünden also ich muss sagen die sind richtig richtig gut richtig geil schön die fresse weggeballert was sagst du bernie richtig gut komm her zünd mal den auch nochmal an also ich krieg gar nicht genug die dinger sind richtig richtig gut geisteskrank richtig geil kann ich nur empfehlen komm 1 2 machen wir noch den kürbis drauf mach mal an und dann gebe ich dir noch mal an aber mal ernsthaft für die paar gramm hier ist ja sogar aufgeplatzt komplett für die paar gramm nicht schlecht kann ich nur empfehlen zieht euch die mal rein